Okay, ich werde jetzt mal eine Runde um den Block machen, weil wie gesagt, ich möchte gerne noch mein Dingens vollenden für heute. Ansonsten bin ich morgen übel frustriert. Aber ich bin gleich wieder zurück. Werde ich ausgelockt, wenn ich 10 Minuten um den Block renne? Warum gibt es eigentlich hier die Möglichkeit AFK zu wählen, wenn man ausgelockt wird, wenn man AFK ist? Ist das nicht irgendwie so ein bisschen dumm? 3 Minuten. Bei 10 auf jeden Fall, okay. Ja gut, dann beeile ich mich mal. Wir hören uns in 5 bis 10 Minuten oder so. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich gerade gerannt bin. Meine tägliche Quest heute von Pokémon Go war 10 PokéStops zu drehen. Ich hatte sieben. In meiner Umgebung gibt es zwei. In meiner gesamten Scheißumgebung gibt es zwei PokéStops. Also bin ich zur nächsten fucking Arena gerannt. Und habe die Aufgabe bekommen. Bin zurückgerannt. Tür auf. Instant hier rein. Hauptsache was drücken. Bam, ausgelockt. Oh, yeah. Boi. Geil, ja. Was du hier noch? Ich hänge seit 18 Uhr im Lock-In-Screen. Nice. Die Claudia, alter. So, was gibt es eigentlich noch zu tun jetzt? Ab nach Vatania. Theoretisch könnten wir noch Arctos und Lavados fangen, oder? Lavados ist, glaube ich, random-mäßig da und bei Arctos, wie ist es? Keine Ahnung. Selber bergt dann Ash. Ja, ich weiß nicht, Mann. Ich würde gerne meinem Magneson noch Donnerblitz beibringen und Dragonite Drachentanz, weil das Ding auf Level 50 leveln, Magneson oder so, weil sonst irgendwie ist es mega, naja. Und vor allem würde ich noch gerne ein paar Competitive-Items verteilen. Wir haben ein Item auf Garados und das war's. Wir haben ein Item. Expert-Belt. Hm. Mit welchem Pokémon haben wir so eine krasse Coverage? Choice-Backs? What? Wir haben... Was? Woher haben wir fucking Choice-Backs, alter? Soll ich ein Choice-Backs Magneson machen? Metal-Hoop. Light-Clay. Quick-Claw. Shell-Bell. Rock-Incense. Metal-Hoop. Expert-Belt. Brocke-Großes. Fliegen, Dragon-Tailed. Nee, das sind alles keine Moves, die sehr fiktiv treffen. Außer Earthquake. Nach der Liga sind alle Vögel da fangbar. Choice-Backs Magneson. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich Choice-Backs oder Choice-Garf machen soll. Hab gerade mal den Merch angesehen. Der Zoroa und Zoroak hoodie ist nice. Wozu machst du nicht deine Pokémon in Pokémon Competitive? Hab ich doch. Oder bin ich doch gerade dabei? Ich bin mir nicht sicher. Soll ich die Überreste von Garados wegnehmen und sie Tangrowth geben? Das Ding würde halt nie mehr sterben, ne? Akkani. Ich weiß nicht, Mann. Ich meine, mittlerweile hat's Morning Sun. Theoretisch könnte ich ihm Shell-Bell geben für Extreme Speed, Flare Blitz. Damit wir ein bisschen recovern. Aber ja, Morning Sun. Ich glaube, ich müsste 100 Poké-Gold opfern, um Garados die Überreste wegzunehmen, ne? Expert-Bell, was haben wir denn? Try Attack. Also, Flash-Cannon wohl ein Switch bleiben drauf. Donnerblitz wird gegen Lightscreen oder so. Und Try Attack wird gegen HP Fire, hoffe ich mal. Maybe irgendwann mal. Bei Mamoswine haben wir... Ich glaube, Mamoswine ist am besten mit Life Orb. Ganz normal. Ice Shard, Ice Evil Crash, Earthquake, Stealth Rock. Dragonite. Dragonite ist halt auch nice mit Überresten, weil wenn es hagelt oder so, dann recoverst du halt deine Multiscale damit. Was sehr wichtig wäre. Hm. Nee, das kostet 1000 Münzen-Items. Ah, okay. Nur 1000 Münzen? Easy. Dann machen wir doch das. Äh, soweit ich mich erinnern kann, war das in... Hier. Oder? Mist's Moon, genau. Wie war's das? Du Olle! 1000 Pokedollar. Ah, easy. So, die Lefties, die kommen... Die Lefties, die kommen jetzt zu Tangrowth. Woop. Oh, Grass-type moves. Sticky Barb. Mental Herb, Light Clay. Soll es weg, Black Glasses. Hm. Hm-hm. Oder will ich ein Expert-Belt, ähm, Arcani machen? Das Ding ist, Extreme Speed kann nicht gestärkt werden. Da wäre eben Orb eigentlich besser. Ich weiß nicht, Mann. Was denkt ihr, Leute? Soll ich Shell-Bell auf Garados machen? Um KP zu recovern, wenn ich angreife? Dann haben wir noch Quick Law. Hm, Hearthstone. Expert-Belt. Life of Mamoswine, genau. Das ist safe. Bei Magnezone würde ich gerne einen Scarf haben. Bei Arcani und Dragoran bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Dragoran ebenfalls überreste. Und Arcani... Was machen wir mit Arcani? Was haben meine Competitive Arcani's für fucking Items? Ja, Z-Steine. Oder? Hm. Boilenhelm. True. Könnte möglich sein. Live Orb findest du in den Icognito-Ruinen in Joto. Okay. Gute Info. Das ist ja gar nicht so weit weg, ne? Ist ja zwischen der zweiten und der... Der ersten und der zweiten Arena. Von daher... Alle stabil. Alle stabil. Officer Morgan. Officer Morgan. Wo genau muss ich hin? Zum Silberberg zu kommen? Route 28. Oh, brauche ich Surfer und so'n Dreck, Alter? Oh, brauche ich Surfer und so'n Dreck, Alter? Hier komme ich wahrscheinlich nach Joto, ne? Hier komme ich wahrscheinlich nach Joto, ne? Mount Silber. Hier ist der Mount Silber. Hier ist der Mount Silber. Das würde mich nämlich ein bisschen anscheißen. Nein, brauchst du nicht. Okay. Brauche ich sonst was? Sowas wie Zerschneider, Zertrümmerer. Irgendwas, irgendwas, um da rein zu gehen. Uuuuh. Da braucht man Surfer und Kaskare. Aber da nicht. Gibt's hier wichtige Items? TMs oder sonst was? Irgendwas, was ich mitnehmen sollte? Alter, die Höhle sieht schön aus. Ich schätze mal hier rein. Oh. Schade, dass man sich nicht gegenseitig die Steine wegzertrümmern kann. Hier noch? Ach, ihr wollt doch alle nur, dass ich zerstört werde von fucking Rot, Alter. Weil ich mit dem Level 39er Magnison hier rumrenne. Was ist denn mit euch nur los, ihr kleinen Sadisten? Das sieht mir nach Rot aus. Ja, Mann, was geht jetzt ab? Muss man jedes Mal zu dem Hoch rennen oder kann man irgendwann mal einen Shortcut benutzen? Ich hätte da nämlich überhaupt keinen Bock jedes Mal hier hoch zu rennen. Der hat einen shiny fucking Dragoran, Digga. Multi-Skin hat das Ding wohl nicht, Mann. Boah. Ein Prozent, Multi-Skin, äh, Multi-Schuppel, shiny Dragoran. Damn, my son. Ich glaube, das wäre das seltenste Pokémon hier in diesem Spiel, ey. Wo zum Teufel? Alter, wie viele Ausgänge hat dieses Ding hier? Ash wird dich mit deinem jetzigen Team sehr wahrscheinlich zerlegen. Hätte ich, äh, Drachentanz von meinem Dragoran, dann wahrscheinlich nicht. Aber jetzt dann wahrscheinlich schon. Ach du Scheiße, Alter. Ich habe Mewtwo Level 75 besiegt. Der Typ hat jedes Pokémon auf 75. Und davon hat er wahrscheinlich sechs. Wenn ich, äh, verliere, kann ich ihn dann nochmal bekämpfen? Oder ist es dann vorbei? Pikachu, ähm, Pikachu kann ich easy zerflexen. Außer es hat Strauchler. Dann nicht. Dawnstone? Lol. Was ist das denn? Alter, da habe ich jetzt 20 Superschutz fast verbraucht, um hier hochzukommen, Alter. Oh mein Guinness. Haben wir hier noch was? Da ist er ja, der Junge. Oh, man sieht ihn mal wieder gar nicht, ne? Geil, ja. Okay, er hat Pikachu, er leadet mit Pikachu. Er wird vielleicht einen Strauchler haben. Ich könnte mit Dragon Knight leaden. Ähm, ich kann leider keinen Drachentanz. Das bedeutet... Hm, will ich mit Tango leaden? Hm. Entweder ich leade mit Tango leaden. Und leade sie de fucker oder hin. Oder ich leade mit Mammoth Swine und versuche einfach zu erdbeben. Und er wird mich, äh, fucking Strauchler. Scheiß drauf. Let's go. Wuhu. Hm, 84? Hm, 84? Holy shit. Alter, was soll ich ihr denn verraten, ey? Was soll ich mit ihr herlockt? Alles klar. Ja, der Junge hat auf jeden Fall einen Strauchler. Oder auch nicht. Ich hätte, ähm, Stealth Rocks einsetzen wollen. Ich hätte zu 100% Stealth Rocks einsetzen sollen. Scheiße. Ich hätte Stealth Rocks einsetzen sollen. Und er trifft mich natürlich. Es wird resistiert, aber er killt mich. Ah, okay. Was mach ich an der Stelle? Ich kann nichts machen. Psychic? Kann ich tanken? Okay. Hat der Junge noch irgendwie was anderes? Irgendwas gegen das ich aufsetzen kann? Okay, ich glaube, Memo Swine bringt mir hier nichts mehr. Oh, ich überlebe. Ich hätte so gerne die Stealth Rocks verfehle. Ja! Stealth Rocks. Für fucking Glurak. Ähm. Earthquake. Brine. Was ist Brine, Alter? Ja, das war. Das ist tot. Das Ding ist tot. Das Ding ist sowas von tot. Ähm. Garados. Jetzt brauchen wir den Sweep. Jetzt brauchen wir den Sweep. Mabui. Das Problem ist, ich kann mit Crunch nicht killen. Ich hau das Bide jetzt schon. Psychic. Sie kann mich nicht kauen. Blizzard? Mist. Ich bin voll, Alter. Ich bin einfach voll. Ich geh nochmal auf den Dragon Vance. Body Slip. Nein, keine Para. Keine Para, Digga. Oh. Keine Para. Keine Para. Ich geh nochmal auf den Dragon Vance. Ich bin greedy. Ich bin fucking greedy. So. Jetzt bumsen wir rot, Alter. Wir haben Tarnsteine draußen. Wir haben einen plus drei oder plus vier Garados. Let's go, Mabui. Let's go. Okay. Ähm. Wenn ich einmal flinchen kann. Ich glaube, das war's, meine Freunde. Ich glaube, wir gewinnen gegen Rot. Scoop. Oh. Sludge Bomb. Oh. Und er kriegt die Poison. Natürlich kriegt er die Poison. Hm. Ich will nicht verfehlen. Ich geh für Crunch. Mensch. Überlebe ich noch eine Poison? Durch Shell Bell? Oh mein Gott. So. Glura kommt rein. Ich outspeede. Waterfall. Bup. Schade. Hätte ich die Poison nicht bekommen, hätten wir mit Garados gesweeped. Jetzt stirbt aber leider mein Garados. Und ich hab nur noch drei Pokémon. Was kommt rein? Blastoise. 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 Flash Cannon. Wow. Bitte trifft. Yeah. Okay. Ich switche raus. Ich hab keinen Bock, äh, hier irgendwie mein Tankrowth zu sacken. Na. Krieg einen Intimidate, falls er irgendwie was komisches macht. Oh, er blizzard, der Junge. Hehe. Alright, ma booy. Alright. Ich muss nur noch ein paar Runden rausbekommen. Geh ich für Morning Sun? Oder was mach ich? Nee, ich geh einfach für Close Combat. Focus Blast. LOL. Okay. So. Leap Seed. Und ich würde sagen, wir gewinnen gegen Rot. Alleine schon, weil wir ziemlich alles tanken werden ab jetzt. So, Dragon Knight. Kommst du rein? Ich geh auf den Dragon Claw. Vielleicht kann er mich mit Blizzard... Nee, er must rechargen. Und die Leap Seed killen ihn. Und wir besiegen Rot mit einem Team von Level 39ern bis 50ern. GG. Garde Orb. Geil. Ein Item, was ich gar nicht brauche. So. Wer hat gegen mich gewettet? Hä? Schreiben wir in den Chat, wer alles gegen mich gewettet hat. Komm, Leute. Traut euch. Ihr blamiert euch nicht. Keine Sorge. Pff. Psych. Schau mal. Der Junge. Jada Orb, Alter. Jada Orb ist richtig gut. Was? Bullshit, Alter. Jada Orb ist richtig... Krawatsch, Mann. Wo ist der Jada Orb? Grass Gem. War der Jada Orb nicht irgendwie der Orb von Palkia oder so, den man gar nicht gebrauchen kann? Ein schweiniger grüner Orb, der sie gesagt hat, eine Legendheit zu haben, die erinnert. Es ist bekannt, eine tiefere Verbindung mit der Hohenregion zu haben. Okay. Ich war für dich. Dann müssen wir 10 Euro spenden. Mit Jada Orb kannst du gegen Raikouasa kämpfen. Ah, okay. Schade. Haben wir sonst noch was gekriegt? Oder war das alles? Okay, Garados ist von 55 auf 58 gekommen. Magnison ist kein einziges Level weitergekommen. Schade. Aber gut. Alter. Mann, Silber. Oh, wir können hier landen? Ah, nee. Er landet automatisch hier unten. Okay, schade. Schade, mein Dude. Ich hätte jetzt gerne ein Wahlglas oder ein Wahl... Nee, nicht ein Wahlglas, ein Wahlschal gehabt oder so. Was haben wir... Was haben wir alles bekommen? Ich hab's nicht mitbekommen. Wir haben einen Jada Orb bekommen. Wir haben einen Grass. hier einen Grass Jam bekommen. Und sonst haben wir nichts bekommen. Keine Kohle. Und nix. Oh, wir könnten Pampers haben, Leute. Ich werde mir ein... Ähm... Ein Togekiss und eine Hornscrow machen. Togekiss nenne ich Sternentreue. Und, äh... Hornscrow nenne ich Memoare. Ich glaube, ich bin in der wronge Game. Ich glaube auch, Bruder. Geh mal weg mit dem... Mit dem Hyrule-Schild, ey. Muss man den Jada Orb verwenden? Also, beziehungsweise, kann man den... Einmal einsetzen und dann ist er weg? Oder kann man den ständig einsetzen? Oder wie sieht das aus? Und was machen die Leute hier? Genau. Einmal einsetzen, schade. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.